Ja, als die Physis war unglaublich dort, wie ich da hinkommen bin, war es doch noch mehr so Kick and Rush 2013, da ist sehr, sehr viel über die Physis gegangen. Mittlerweile hat sich die Liga unglaublich entwickelt, allein aufgrund der Namen der Mannschaften, die dort spielen mit HSV, letztes Jahr Schalke, Werder Bremen, was da für Klubs auch mittlerweile immer in der zweiten Liga herumspielen, eine neue Trainergeneration, die dort stattfindet. Du siehst wirklich bei jedem Trainer, bei jeder Mannschaft einen eigenen Plan und es hat sich sehr, sehr von dem Physischen weg, das ist immer noch geblieben, aber auch sehr, sehr in die fußballerische Richtung entwickelt. Und deswegen bin ich auch absoluter Fan von dieser Liga, nicht nur, weil ich dort gespielt habe und schaue es eigentlich jetzt immer noch fast mehr als die deutsche Bundesliga. Und ja, auch eine Liga, die ich sehr, sehr geil finde und irgendwann natürlich auch wieder zurück möchte nach Deutschland. Vielen Dank.